Der neue MPCR-RPI ist unser neuestes Rechnersystem, was wir jetzt hier erstmalig auf der Embedded World in Nürnberg vorstellen. Wir haben hier als Basis ein Raspberry Pi 2-Board genommen, welches jetzt gerade neu vorgestellt wurde. Die Industrien, die wir da ansprechen wollen, sind Internet of the Things, also Fernwartungslösung, als auch Digital Signature anwendet. So gut, das kann man nicht anfassen.